verrückt guck mal wie die wegfliegt das ist eine masse vielen lieben dank ich hoffe ihr schaut weiter fleißig zu und ich werde auch mal versuchen aktiver zu sein ja auf jeden Fall vielen Dank da ich ja kein großer Redner bin, habe ich mir gedacht hast du mal ein paar Fails hier rein und lustige Dinge, die so passiert sind in diesem Video ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit wir sehen uns, vielen lieben Dank ja alles klar hä? oh oh aah oh god alter ruft den Arzt, hier liegt einer ja und nein oh oh, gute Nacht ich zeig du wow haben wir mit dem Auto gemacht oh god oh god wow holy ripp 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 der hat mich irgendwie der tritt gleich anders aber ich fuck dann auch gerade ab denn muss einer von uns gehen bist ja da wohl du ja, Hurensohn jetzt wirst du wieder sterben einer von uns muss gehen, habe ich doch gerade gesagt außerdem ist das mein Grundstück oh god oh god oh god hahahahh oh god allí oh god oh god Wir gehen dann besser mal, oder? Hallo! Da sind doch schon wieder die... Wo ist der Einsatz? Ähm... Thomas! Ich glaub das ist der Einsatz. Das ist der Einsatz? Wie? Ja, ich glaub schon. Nee, da sind wir nicht. Gegenmittel A43B dabei. Das war C, du Trottel. A43 ist noch. Ich hab den Gegenmittel dabei. Nein, das ist nicht das Gegenmittel. Doch. Nein. Thomas, doch, die haben gesagt, die müssen das Gegenmittel holen. Nein, Thomas, das ist C. Thomas, B. C. B war der Auslöser. C ist... Haben Sie, rufst mal eine Klaps an, ob da welche entlaufen sind? Habt ihr das Gegenmittel dabei? Warte ganz kurz. Nee, das haben wir nicht. Taxi. Oh, wo steht eins? Taxi! Auf jeden Fall entlaufen. Wow. Wow. Alter. Hupfer weiter. Weg hier. Wow. Guck mal, die sind verrückt. Wow. Guck mal, wie die wegfliegen. Hahahaha. Die wollen... Die Idioten, ey. Kannst du dir schon mal sagen, wir brauchen noch ein bisschen länger. Wie lange vermissen wir, freu dich. So, jetzt erst recht, Alter. Kannst ich Bremse jetzt nochmal? Ja. Träum mal weiter. Piss. Was? Als ob! Ja, wo schwimmen wir jetzt, ne? Du Pisser, Alter. Ja, die Karre ist kaputt. Weißt du, was so geil ist? Dakota ist einfach Pinky und die Brandon. Mit einem! Oha! Ähm... Bist im Himmel! Hallo! Hahahaha! Wow, we're the power! Scheiße! Warte! 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 Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Ey! Hahaha! Bist du dumm? Ramzi? Wauw! Ramzi! Du bist kleiner Wasser! Halt! Bist du das? Hä? Schnell! Alles klar! Tja! Hahaha! Scheiße! Witz! Schnell! Ja! Alles klar! Hahaha! Geholt! Tschüss! Wow! Wat? Dein Schandmaul! HHK, man! Haha! Fahr weiter! Unschön für mich war's! Wow! 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 Alter! Auto! Ist er denn? Hahaha! Wow! Fuck! Was ist denn da für ein Stuhlstand? Ohhhh! Oha! Oha! Alles klar! Na! Ja! Oha! Untertitelung des ZDF, 2020